Unten? Unten? Bei mir! Oha! Bei mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo ist sie denn jetzt? Der kommt! Oh, der ist überall! Spindy, wo bist denn du? Wollen wir mal? Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu Hand Showdown! Mit dabei, der gute David! Hallo! Eine Runde hinter uns, da waren wir so genau zu dritt. Aber Sven hat was angebranntes gerochen, seitdem nichts mehr gehört. Naja, genau. Naja, eigentlich musste er essen. Auf die Kompoknicken ist so gut, aber hey. Weg mit den Hunden. Äh, der Hinweis ist hier rechts, ne? Hm? Der ist nicht ein Catfish Grove. Komischerweise, dass wir drücken. Was? Bei dem E-Mosau-Renner. Ja, bei Catfish... Ja, bei Catfish muss aber auch einer. Ne? Ja. Willst du den bei Catfish machen? Ja, ich muss nur noch den E-Mosau loswerden. Das heißt, halte ich auf Schlüsselbach. Naja, dann mach ich heute den bei Catfish. Ja, ich hab hier Schlüssel. Ah ne, du hast Schlüssel. Ja. Sorry, die Richtung konnte ich jetzt nicht ganz drauf. Ja. Okay. So. Direkt die Muni wieder geholt. Okay. Ich bin gleich bei Stillwater. Mhm. Es geht auch eher Richtung Stillwater. Ja, mit Glück. Okay. Haben wir mal schon mal Butcher bisher? Äh, hier sind genau Doppelvertrag bei Tag. Ähm. Und nicht zufällig. Kannst du mal zehn Gegenspieler... Äh, Trio haben wir ausgeschlossen, weil wir selber keins sind. Und ich hab hier noch ne Kasse bei mir. Oh, hier sind zwei fettige Mekke Fettfetts. Nein, Trio. Wo bist du denn? Da hinten? Okay. Oh, du bist da. Du bist beim Schweinchen. Ganz saft. Ja, du bist beim Schweinchen. Da kannst du einmal reingucken und danach können wir uns verstecken. Okay, wir haben noch Punkte für das Entdecken. So können wir es machen. Wollte du machst dich mal direkt wegen... Ne, mach ich nicht. Achso. Ja, dann geh mal rein, mach mal den Butcher oder wie? Hm. So müssen wir es entdecken. Die Punkte können wir uns auf jeden Fall holen. Naja, vielleicht kann man auch machen. Oh, ne Falle? Im Keller. Der Tor hier ist auf. Könntest du natürlich gewesen sein, weil es natürlich jetzt nicht... Vorsicht, hier an der Leiter hab ich... Ja. Das platziert sich. Du hast das Ziel entdeckt. Naja. Da ist er. Da kommt was auf und zu. Oh, oh. Er kommt rum. Oh, lol. Damit haben wir nicht gerechnet, dass er rum kann. Er töntet mich. Das ist natürlich gut. Und du brennst. Das ist sehr gut. Erstmal deine Leiche verbrennen. Sehr gut. Da, ey. Da, ey. Ich glaube, du bist nicht alleine. Rennn! Die Hunde sind aufgeschreckt. Ja. Ist niemand anderes? Ne, das wäre wegen mir. Der Schlüssel war nicht so weit weg, ne? Ja. Wollte ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Ja, macht nichts. Nein, was soll ich machen? Gar nichts. Hör den Batschi. Und dann gönn dir. Brauchst du Munition. Warum zeigst du mich nicht mehr, sich zu verbrennen? Noch Heilung. Dann werden wir wieder in Ruhe zu. Kopf rausstrecken und hoffen, dass ich mich tot bin. Ja. Links war noch Shotgun Munition. In der Hütte, wo ich als erstes drin war. Okay. Links von dir. Ja. Jetzt rechts von dir. Die haben dich gerade mega genervt, oder? Na, Geräusche stören sowieso in Hand. Vielleicht verdecken sie sonst was, ne? Mhm. Das ist halt das Ding. So. Drei Balken. Richtig. Hm. Da war du? Ja, das war ich. Okay. Wenn du genau durchs Fenster guckst, äh, bei dem anderen, äh, bei dem anderen Haus. Da ist noch Shotgun Munition. Darf was werden? Darf was werden. Die Frage ist, was kommt zuerst? Was darf ich vorstellen? Showdown? Oder anderes? Hm. Glaub ich... Schwierig. Also jetzt, wo wir drüber reden, müsste ich eigentlich... Ich hab dich gewarnt. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab den auch getroffen. Ich hab den sogar gehört. Ich dachte, du hast den auch gehört. Und deswegen bist du raus. Ach, Janne. Nee. Nee, vor allem reden? Lass mich zuhören. Ah, ja. Okay. So, bin ich mal gespannt. Holestritt 36 Kugeln hab ich. Ja, ich kenn die Waffen. Die sind mega. Ja. Die sind leider genervt und seitdem finde ich die nicht mehr so geil. Aber hey. Schauen wir mal. So, Leute, wir sind wieder da. Ich probiere dich mal akimbo. Und ein neues Charaktermodell aus. Da wird natürlich immer noch dabei. Am unterstützen. Ne, bei diesem Stream vorbereitet. Für Ubisoft. Das heißt, ihr wisst ja auch wann bis aufgenommen habt. Nee. Das heißt, seitdem ist bestimmt, wer hochgeladen ist. Es gibt bestimmt wieder mega krass. Ah, nichts von. Naja, rechts von uns ist ein Hinweis. Ja, dafür haben wir selber. Okay, ich hab kein Messer dabei, aber noch mal ein Machete. Ja, mach mal ein Machete. Mal reden wir mal. Und ich hab ne Brandbombe und eine Giftbombe. Also, ich kann immer den Gegner verbrennen, wenn wir ihn gefunden haben. Ja, ich... Geh mal rein. Hat nix aufgeblinkt bisher. Also, wir sind nicht beim Batscher. Es ist über uns. Ja. Ich hab den Weg gefunden. Na, direkt vom gepanzerten. Ja. Ja, so. Das ist aber eine Spinne. Okay. Ah. Ist alles doof hier. Ja, das kann man mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ah, ich dachte auch. Ja... ...könnt man nicht ändern. Naja, aber kurz ausschauen... ...hierfür... ich habe den gleich auf dem weg weg gemacht ich habe ja gott sei dank keine ahnung was das für ein schalldämpfer sind ja das ist okay was die probleme wenn man ausdauer hat man lägen nicht in so eine kasse ausdauer von links schüsse richtung südosten natürlich krass wenn meine waffe ist wie die g8 werden das ist einfach nicht mein schuss durch ja man lebt am limit schalldämpfer in der kirche drin ich dachte nur meistens die spinnen es auch gerne an dem ort die halb aber langsam munition das ist einer die punkte können wir so oder so stachel das doppelt scheiße das ist doppelt scheiße hier die treppe hoch vielleicht ist ja was cooles ja das ist oben auf dem balkon oben sind ist zumindest zwei kleine päckchen munitionspäckchen da oben ja bei mir ja dann komme ich mal kurz hoch nicht die kiste aber zwei verschiedene päckchen vielleicht kannst du von mir gebrochen schauen wir mal das eine kann ich mitnehmen ja ich kann beides nicht mitnehmen ok am fetten vorbei und dann sind wir beim hinweis ja den fetten kann ich mitnehmen ok ok wäre das jetzt easy die ja das stacheldreit ist aber hinter mir ne feuer heiß feuer sehr sehr heiß ok bei mir drin ist aber medikit easy ja nice ok hier ist keine spinne vor ort das ist auch mal was das selgemühle ist er auch nicht ja dann bleibt es eigentlich nur die schiebzucht oder oder scambalic oder potrika ja aber potrika das ist doch eher selten oder na geht dann bleibt nicht ich habe diese mit leider nicht mehr so vor Augen wie die andere das halbaut wo sowohl gräber ist halt so eine zeitlang sehr oft gewesen das haben ein bisschen genervt ich muss jetzt mal die Küche gucken ob hier man nicht so ist ja bei mir ja ich bin unten drin und hier wird geschossen aus der richtung was los naja mieter vor der tür das hat mich in der schrauben weil da war so der blick mit welt kommt nicht vorbei ich habe echt probleme bist du in vorn und keller hier noch mal hier immerhin Vielleicht aber kurz in meinem Keller. Ja, dann lass mal Richtung Viehzucht gehen. Hast du Munizierung gefunden? Bei dir auch? Ja, zumindest ist mir mein Ding jetzt voll. Ich hab noch mal hier drei auf Reserve gefunden. Okay. Ja, hab ich dir mal überlassen. Ja. Oh, Viehzucht, wa? Naja. Das ist mitten durch den Tümpel durch. Den Schlüssel aus Nordosten. Nach einer Staffeldreif. Die Panzerte mit Stacheldraht. Das ist das Beste, was sie hier hätten sich machen können. Okay. Ich glaub, okay, Viehzucht, ja. Ja. Oder Port Rica. Das kann ich natürlich jetzt in Ehren schätzen, aber es ist beides aus der Richtung. Von der Lautstärke würde ich sagen, so ist Port Rica. Okay, das Verleg ist natürlich auch aus der Richtung, kann auch theoretisch natürlich sein. Ja. Ja, vor allem die bist du auf der komplett anderen Seite. Ja, ich bin halt den gelaufen. Na, ich muss jetzt gucken, wie ich zu dir komme am schnellsten. Oh, ich hab hier Wasserdämonen. Water Demons. Das war nicht die schlauste Idee, da lang zu gehen. Du warst dann mit dem Raben? Ja. Okay. Da war ich die schlauste Idee, wie gesagt, hier lang zu gehen. Oh, ja. Ich glaub, hier sind sie nicht. Dafür kam ich da zu leise. Aber Hinweis, vorne dran. Oh. In der vorderen Hütte. Okay, du wirst das. Ah ja, das bin ich. Ich bin der Auffälligste von allem immer. Und hier waren auf jeden Fall auch schon mal welche? Ja, Port Rica auf jeden Fall. Ja, Port Rica auf jeden Fall. Ja, ich bin direkt am Hinweis. Nee, Lake, aber Port Rica auf jeden Fall. Ja, Lake kommt aus der gleichen Richtung. Kann auch da sein. Oh, Fatty McFetfet. Ja, moin. Was geht? Hallo? Oh, nee, die Egel. Hm. Geh mal wieder drüber. Hm. Dann gehen wir mal langsam in die Richtung. Oh, da kannst du. Ich bin grad dabei. Mal ein Geht. Bist ihr die Ausgänge da? Okay, sehr nah. Ja. Der ist verdammt nah. Also, wir können es halt folgendermaßen machen. Die machen den. Also, die werden safe zu dem Ausgang gehen. Hm. Die werden uns aber auch sehen können, ne? Wahrscheinlich. Wir müssen halt gucken, dass wir was haben. Die haben die Wallhack halt. Ja. Wir müssen halt das wahrscheinlich, wir müssen das sehr geschickt machen. Also, wir können jetzt A oder B machen. Also, wir können entweder A sagen, wir fighten. Also, ich schützt doch. Nehmen die Wahrscheinlichkeit wahr, dass wir halt aufgehen werden. Na, ich würde fighten. Ich würde fighten. Ich würde fighten? Ja. Mit dem Wallhack hat der Vorteil. Deswegen wird das vor der Wallhack auf jeden Fall machen. Ob wir es waren, bis die Spinne gemacht ist. Oder ob wir sagen, wir machen es jetzt, ist eigentlich relativ. Ja, dann lass aber so nah wie möglich am Ausgang entlang gehen. Obwohl, da wird uns jetzt nicht unbedingt irgendwie der nächstbeste erwarten. Was sag ich mal. Im Optimalfall nicht. So, hier wieder Ausgang. Jetzt ist es auch gerade wieder still geworden. Jetzt. Eine Extraktion wollte ich jetzt nicht machen. Ja. 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 Ziemlich genau vor uns müssten wir jetzt schon sein. Hm. Wir haben halt hier gute Deckung mit den Bäumen, ne? Hm. 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 Was meine Vermutung ist, Spinne ist schon gemacht. Die waren aber bis zur Badstahl verbannt wird, dass sie dann gleichzeitig banden müssen. Wurde Sinn machen. Böse noch eine Taktik, die ich gerne immer gemacht hab. Wurde dafür so ihr zu ruhig. Ein Spinn, nur schon safe-dorn. Hm. Wir können uns ja mal leicht ansteigen. Ja. Hm. Hm. Ja, wenn die sowieso warten, dann werden die halt immer haus-safe warten, oben ist auf jeden Fall zu soweit alles, wird auch keiner durch, oben die laden sind auf jeden Fall alle zu. Spinnen habe ich jetzt gehört. Die Spinnen hast du gehört? Ja. Na stimmt, die Spinnen hört man auch gerade noch. Jetzt legen sie los. Oder? Ich höre sich, ich höre doch da auch einen bewegen, oder? Ja. Ja. Ja, das war ein Schuss. Okay, Sound machen, ja? Okay, sie sind im Gebäude. Ja. Die sind oben. Hm, dann würden die vermutlich da rauskommen. Ja. Da ist einer, ein Weg nach draußen und da. Ja. Ich könnte den Ein-Ausgang aber zumachen für die. Ich hätte hier noch eine Falle. Hm. Ich kletter mal die Leiter jetzt hoch. Hallo. 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 Ich bin grad mitten drin. Ich hab dir was aufgemacht. Wir machen grad welche in Spinnen und wir versuchen grad die zu machen. K이죠. Oh, ichйue dass ich mich schon werde, b Solid ke**chen, ich war da raus. Jetzt hast du schon, ich habe es j 我們 ohnehin schon gehört. Frau Stecher glaub ich. Der hat immer alles unter interpretation. Kay 43 haben wir zum Haus. Herr Ke charts. Gute mal. Herr Kecha sich weiter aufgemacht. Wie zur Ordnung? Wie liegt das hier? Da ist alle nichts. Wie Què? ail Pastor Alle? Ja Baby. Überzeuger Nur. Ich bin Kinder zum Hilodzi override. Das ist jetzt verlassen. Was ist verlassen? Ja, die Zombies kommen jetzt wegen mir, weil die so bezahrend machen. Kacke. Einer ist down! Einer ist down? Einer ist down. Ich verbrenne den. Ja, mach das schnell. Der andere ist hier oben irgendwo. Boah, nice! Die Spinne bewegt sich noch. Mhm. Ja, die Spinne ist grad oben. Ich kann halt oben nicht rein. Also Ränder müsste ich durch die Luke, wo ich davor stehe. Ja. Er ist bei mir! Da! Okay, schau mal. Oh mein Gott. Timing. Ich seh grad nicht. Da! David! Ja, ich seh ihn nicht. Da! Direkt um die Ecke. Ich seh. Da, ja, ich seh ihn. Ab ihn geht's. Geh um die Ecke. Ja. Oh, bin gleich down. Nein! Oh, noch ein Zombie, ey. Oh mein Gott. Er muss nachladen. Ja. Oh, ich guck mal kurz mal, ob ich Heilung krieg. Er ist da. Immer noch da. Oh Gott. Immer noch an der gleichen Stelle. Boah, Stress hier gerade. Ab ihn geht das? Ja, ich hab Heilung hier, ich halt mich schnell, bin gleich wieder da. Ja. Bin wieder da. Bin wieder unterwegs. ich weiß nicht wo es ist nicht mehr an der stelle immer hoch ist wieder da oben ist wieder da ja gleich die stelle oben gleich die stelle oben ja er ist auf dem stoppen david meter aber dann loben wir die beiden oh mein gott meister guck mal nach wie viel ja dann mach mal die spinne naja ich habe es gerade gesehen was ich muss erstmal wieder hochkommen ich habe aber brandbomben und granaten da kommt ist wieder unten oder ja komm bei mir kommt die ja die war oben bei mir ok aber ich sehe sie nicht ja die ist ja fliegt bei mir oh lol die ist ja vorsicht feuer naja unten unten bei mir oha bei mir oh mein gott oh mein gott oh mein gott wo ist sie denn jetzt der kommt die ist überall wo bist du denn du da da hier vorne habe ich ein bisschen mehr komm mal her da ist sie wieder oben ja gott gott das reloaden ha 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 feuerreisgift tot von der jesus das reload die hat die hat bock auf mich ha 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 mach hier noch eine lampe an um drauf zu schießen ha 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 da und das haben wir das andoffin mal so easy win jetzt kann gar nichts mehr bass sagt das bitte nicht ich habe schon gesagt genau so ist der ausgang ist ja das stimmt schlechte ist alle wenn sie sich fokussieren warum soll ich noch die batsche machen erscheinlich weil keiner denn es ist ja ich kann die immer noch nicht unterscheiden das ist bei den zwei haben wir das insekten wie ich was aus insekten besteht und was verwaltet schweine ja weil auf dem bild hat hat er eine erde ein abend das ist einfach ein fleck der erste details sich mehr auf so ein langes supermodel also ich mache dann als allererstes den search and destroy und du machst als zweiter ist so krass dass man grünen sogar nachgibt okay also ich habe eine frage hat eine von euch schon erfahrung über erfahrung gemacht mit wasser betten wasser betten wenn wasser bett also welche tat es ist besser für den rücken wirklich ja weil ich habe nicht gehört einige sagen immer als schlechter zum rücken nicht nach was forscher es schmied sich halt deinem arbeit an ja aber persönlich besser für den körper ja ist es wenn du eine matratze kaufst die sich hat wenn ihr deiner körperform anpasst also dein rücken technisches wasser bett ist geil ja aber körpertechnisch ist halt eine die sich deinem körper anpasst so gibt es ja genau und deswegen das hat praktischer wenn wir nämlich das bett kaufen und ich weiß nicht was weiß ja aber was man kann zum ausprobieren das geil wenn es verkauft hast du trotzdem gut geld damit verdient sollte man ja nur wasser betten sind halt mega teuer das richtig ich weiß nicht wie es ist wenn meine freundin hat und du weißt du schon was macht ob das dann ja auch das platz weil du das falsche loch gestochen ist ja 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 eigentlich so heißer wasser drin wenn du dann immer hin und her dann taukelt es sich dass er auch das nicht mega laut wird also ist keiner in der nähe da ja gut ab nach norden nimmst du dir auch schon hast du schon genommen es sich hier gleichzeitig mit dir juni jungchen jenz sind dafür okay sagen wenn ihr wird seitdem gelingt alle ich bin runtergefallen mich auch aber ich habe kein leben verloren was kann man grundfähiger hat man besorfen wird wenn sich das wasser bettet ich möchte so dann bist du sehr krank jahr nein das wird nicht die Betrugung also da meint ja gut bei Bens ist der Feuer die Wunder bestimmt immer nach das war so peinlich bei Pertz-Gurzekeru was ich weiß als die Kühe angeführt hat erstens das zweitens wo dann hätte ich mich nach Hause gebracht haben im Auto schlägst du verdammt steckt aus ums Auto du ich hab's gefeiert alles klar da wird easy keine nix da ob das er laufwert los so 23 Sekunden noch was wir kommen ist wenn ich da kriegen wir auf der Folge von der Hauptkanal die Folge kommt C auf dem Hauptkanal huiiiiiii ich hab keine Sekunden schade dafür gerade nicht wofür Platzpatronen sind alle da sind das Knallerbsen ja gg damit gg der andere war ein Lutscher da fand ich Stufe einser boah ne halbe Stunde schon wieder streamen an boah Sven ey war das nicht so leicht nö aber es hat nichts gemacht das heißt du kannst gleich so anfangen da sagt er gar nichts du weißt du da hat er wieder so hoch der schnöse ach gar nicht der schnöse der schnöse vollständige säuberung gab es so sehen wir uns 5 ludickel bis so weit als ich wahrscheinlich ja ein bisschen zwei jäger getötet Stufe einser ja okay so schafft ja ja was ist denn die zum ersten mal spielen ja du warst auch mal lutscher wenn ich jetzt wiederholt der krassere damit hat dazu sagt sie dir auch ja bist du auch zurecht oh mein der ist dann ja so naja eine Feuerbombe gekriegt du mal ach dann jetzt sei doch nicht so das stimmt ich kann ja meine Medellin hier mal abrufen ne habe ich noch gar nicht das ich gestern und hab die nicht abgeholt ja auch gegeben egal egal ja nein nein das war hand showdown mit David schon auf jeden Fall vorbei bevor der greenscreen komplett nachlässt deswegen die Zeit läuft jetzt heute läuft ab bis zum nächsten mal haut rein und tschau tschau tschüss it ain't nothing but hard work and dedication quick complaining look at my life feel my pain when it comes to me and you were not the same this is so far from the game what you saying it ain't nothing but hard work and dedication quit complaining look at my life Untertitelung. BR 2018